Hallo und herzlich willkommen im Mastery-Video zum Videolernzyklus über die besonderen Punkte in einem Dreieck. Mein Name ist Philipp und ich werde heute mit dir in diesem Video die vier besonderen Punkte in einem Dreieck durchgehen. In diesem Video geht es eben um den Höhenschnittpunkt, den Inkreismittelpunkt, den Schwerpunkt und den Umkreismittelpunkt. Um mit diesem Video gut lernen zu können, benötigst du ein paar Arbeitsmaterialien. Als erstes und wichtigstes Arbeitswerkzeug benötigst du einen gut angespitzten Bleistift. Weiters wird ein Geodreieck, am besten ein großes Geodreieck, aber es ist nicht schlimm, falls du nur ein kleines Geodreieck bei der Hand hast, benötigt. Zusätzlich brauchen wir einen Zirkel und natürlich auch ein leeres, am besten kariertes Blatt Papier. Es wäre auch sehr empfehlenswert, wenn du einen Radiergummi und vier verschiedene Farbstifte zur Hand hättest. Posiere das Video kurz und hole dir die benötigten Arbeitsmaterialien. In diesem Videolernzyklus möchte ich mit dir nicht Dreiecke konstruieren, sondern wir vertiefen uns in diese merkwürdigen bzw. besonderen Punkte in einem Dreieck. Damit du besser vergleichen kannst, ob du mit deiner Zeichnung richtig bist, nutzen wir das Koordinatensystem. Und bei diesem wählen wir eine Einheitsstrecke von einem Zentimeter. Eine häufige Fehlerquelle bei den besonderen Punkten im Dreieck ist die Genauigkeit bei der Konstruktion der verschiedenen Punkte. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sehr genau mit dem Zirkel und dem Geodreieck zu arbeiten, damit die besonderen Punkte auch exakt bestimmt sind. Versuche dich nun selbst an den vier besonderen Punkten in einem Dreieck. Zeichne die vier besonderen Punkte in einem Dreieck ein, aber du kannst natürlich auch jeden Punkt in ein eigenes Dreieck zeichnen oder du versuchst, jeweils zwei Punkte in einem Dreieck einzuzeichnen. Das Beispiel dazu lautet, der Punkt A hat die Koordinaten 1, 4, der Punkt B hat die Koordinaten 13, 4 und der Punkt C hat die Koordinaten 10, 13. Versuche das Beispiel selbstständig zu lösen und pausiere dafür das Video. Gut, vergleichen wir das Beispiel. Als erstes benötigen wir ein kathesisches Koordinatensystem, damit wir die Eckpunkte des Dreiecks schön einzeichnen können. Danach können wir das Dreieck konstruieren und beschriften. Anschließend können wir den Höhenschnittpunkt, den Umkreismittelpunkt, den Schwerpunkt und den Inkreismittelpunkt bestimmen, wie wir es in den Basic-Videos gemacht haben. Fangen wir mit dem Höhenschnittpunkt an, indem wir die drei Höhen in das Dreieck einzeichnen. Als kurze Wiederholung, die Höhe ist die normale auf einer Dreieckseite, welche durch den gegenüberliegenden Eckpunkt geht. In unserem Beispiel hat der Höhenschnittpunkt die Koordinaten 10, 7. Zweitens der Umkreismittelpunkt. Um diesen zu bestimmen, zeichnen wir die drei Streckensymmetralen in das Dreieck ein. Als kurze Wiederholung, die Streckensymmetrale ist die Gerade, welche die ausgewählte Dreieckseite halbiert. In unserem Beispiel hat der Umkreismittelpunkt die Koordinaten 7, 7. Wir können nun auch gleich den Umkreis in das Dreieck einzeichnen. In unserem Beispiel hat der Umkreis einen Radius von 6,7 cm. Drittens kommen wir zum Schwerpunkt. Um diesen zu bestimmen, zeichnen wir die drei Schwerlinien in das Dreieck ein. Als kurze Wiederholung, die Schwerlinie ist die Verbindungslinie des Mittelpunktes einer Dreieckseite mit dem gegenüberliegenden Eckpunkt. In unserem Beispiel hat der Schwerpunkt die Koordinaten 8, 7. Viertens kommen wir zum Inkreismittelpunkt. Um diesen zu bestimmen, zeichnen wir die drei Winkelsymmetralen in das Dreieck ein. Als kurze Wiederholung, die Winkelsymmetrale ist die Gerade, welche den ausgewählten Winkel halbiert. In unserem Beispiel hat der Inkreismittelpunkt die Koordinaten 8,6 und 7,2. Wir können nun auch gleich den Inkreis einzeichnen. In unserem Beispiel hat der Inkreis einen Radius von 3,2 cm. Eine kleine Information zur Euler'schen Gerade. Diese Gerade hat den Höhenschnittpunkt, den Schwerpunkt und den Umkreismittelpunkt als Elemente. Das heißt, diese drei besonderen Punkte eines Dreiecks liegen immer in jedem Dreieck auf einer Geraden, wenn man die Punkte auch exakt konstruiert hat. Zum Abschluss noch ein kleines Rätselbeispiel. Eine Fehlersuche. Das heißt, wo könnte der Fehler liegen, wenn der Inkreis nicht alle drei Dreieckseiten berührt oder der Inkreis die Dreieckseiten mehrfach schneidet? Versuche den Fehler bei der Konstruktion des besonderen Punktes selbstständig zu finden. Pausiere dafür das Video kurz. Gut, vergleichen wir die Begründungen für die Fehler. In diesem Fall sind die Winkelsymmetralen nicht richtig gezeichnet. Dies erkennt man an der ersten Abbildung dadurch, dass sich die Winkelsymmetralen nicht exakt in einem Punkt schneiden und somit der Inkreismittelpunkt auch nicht exakt bestimmt ist und dadurch auch wiederum der Inkreis nicht exakt gezeichnet werden kann. In der zweiten Abbildung könnte der Schüler geschummelt haben, indem er die dritte Winkelsymmetrale nicht konstruiert hat, sondern einfach nur dazu gezeichnet hat. In diesem Fall ist aber auch der Inkreismittelpunkt und der Inkreis nicht exakt bestimmt. Als zweites kleines Rätselbeispiel wieder eine Fehlersuche. Das heißt, wo könnte der Fehler liegen, wenn nicht alle Eckpunkte auf dem Umkreis liegen? Versuche den Fehler bei der Konstruktion des besonderen Punktes selbstständig zu finden. Pausiere dafür das Video kurz. Gut, vergleichen wir die Begründungen für die Fehler. In diesem Fall sind die Streckensymmetralen nicht richtig gezeichnet. In der ersten Abbildung sieht man, dass die Streckensymmetralen sich nicht exakt in einem Punkt schneiden. Somit ist der Umkreismittelpunkt und auch der Umkreis nicht exakt bestimmt. In der zweiten Abbildung könnte der Schüler eventuell wieder geschummelt haben, indem er die dritte Streckensymmetrale nur dazu gezeichnet hat und nicht konstruiert hat. In diesem Fall ist auch der Umkreismittelpunkt und der Umkreis nicht exakt bestimmt. Ich hoffe, der Videolernzyklus hat dir geholfen und du kannst die vier besonderen Punkte in einem Dreieck bestimmen. Versuche diese vielleicht noch in einem weiteren Dreieck einzuzeichnen. Weiters hoffe ich, dass dir die Bedeutung der einzelnen besonderen Punkte im Gedächtnis geblieben sind. Hierzu nochmals eine kleine Zusammenfassung der vier besonderen besprochenen Punkte.